Hey Leute, ihr seid ja auch unser Räuber. Willkommen zu einem neuen Video. Ja klar. Ich würde gerade ein bisschen Holz holen. Ja, das ist eine schöne Stadt. Und dann kommen wir nachher. Ich brauche jetzt deine Leute. Deine Solde, deine Solde, deine Solde. So Leute, ich brauche jetzt deine. Ich brauche jetzt deine. Also ja, ich brauche jetzt deine. Zeige ich die ganzeию. Ich brauche jetzt die Atom gestern. Ich brauche jetzt die Gemma. Dann gibt es noch die Gemma. Dann gibt es noch einen Umgenkane. Dann gibt es noch einen Roundup. Dann gibt es noch einen Wernchenkane. Dann gibt es noch einen Rand, Du siehst du. Du hast du schon gelernt, die Tomeinte. Ok, das ist gut. Aber es ist glaube ich, dass es nicht mehr ist. Und ich nehme dich um diese Palt. Und dann gehe ich wieder. Ich nehme die Palt. Man kann es nicht mehr. Man kann es nicht mehr. Man kann es nicht mehr. hier Alle sind fein. Ich habe gehört, dass ich ihn verflügt habe. Ja, ich kann mir ein Hektis nehmen. Was schenke ich dann? Upsi, ich habe ja keine Tiere. Wer soll denn hier oben sein? Hier ist Hünchen. Oh, es ist auch so. Super Hünchen. Ich kann alles machen. Super Hünchen. Es ist abgehauen, Leute. Oh, nein. Was machen wir? Äh, 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 äh. Oh, nein. Was machen wir? Oh, nein. Ich glaube, da war das Chicken. Aber ich glaube, das geht auch nicht rein. Da, da, da. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Und, drei, zwei, eins. Oh, wo sind wir? Ich glaube, das sind die Drops. Hm, ich darf essen. Ja, ich glaube, das hat er eigentlich gegessen. Hm, schade. Oh, nicht schade. Was ist denn in dem Kopf? Hier sieht die Stadt. Cool. Ich glaube, das ist sein Gehirn. Und wir sehen, wie kommen wir raus. Hattest du, wir gucken noch mal, was er sich sehen kann. Oh, sieht er das aus? Oder hat er das mal gesehen? Von dem Gefühl? Hm. Der Pass ist, glaube ich, schon gelegen. Hey, geht, geht. Hey, das muss er weg. Ah. Hier sind die komisch, nicht? Oh, der ist. Eigentlich habe ich genug, aber egal. Dann kann ich mir ja mehr kommen. Oh, hier sind, glaube ich, einige Flügel. Taktik, Taktik, Taktik. Äh. Äh. Ist das kraft? Ah, ich kann nicht mehr kommen. Ich kann nicht mehr kommen. Aber ich kann dir das immer noch kommen. Ähm, ich will jetzt wieder raus. Äh. W------! Ey, das stimmt ja hier. Was ist das? Äh, das ist ein Kakar. Ich will meine Hände waschen. Ich will schon duschen. Ja, das kann man doch mal kaufen. Das hier, das hier. Das ist glaub ich tun. So, wir haben nichts mehr. Ähm, los hier was machen. Ah, so sieht das Jüngchen also von außen aus. Ist das die? Ja, das war sein Gehirnhilfe. Das war's mit dem Video Leute. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Ich antritt alles schnell. Ich baue alles ab. Und dann, ja, bis. Okay Leute, darauf habt ihr euch bestimmt gefreut. Aber ja, das mache ich in der nächsten Folge. Ähm, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschau. Leute. Gut, die Leute, die jetzt nicht abgeschaltet haben, wir haben jetzt wirklich Glück. Weil... Ist kein Glück passiert. Hm, hm, hm. Darauf habt ihr euch bestimmt gefreut. Und... Okay. Okay. Ich war vielleicht heute ein Fake-Bus. Das sind ja immer und eins war. Aber... Egal. Oh. Hm, hm, hm. Das lustig ist Glück. Okay. Das war das Chicken. Ähm, das hat jetzt gebraucht. Äh, heh, heh. Ja, ich hab den Film wieder gelegt. Aber egal. Jetzt. Chicken. Bis bald. Ui. Yeah. Natürlich ist das keine echte Kaka. Wenn das echte wäre, dann wäre es ecklig. Ich könnte ja auch die Blöcke umbenennen. Und dann abbauen, Leute. Und dann ja. Und da das. Das sollte sein Magen durchstellen. Also, Leute. Das. Das. War das Hühnchen. Was mal hier stand. Jetzt. Weiter geht's in der Stadt. Ähm, ich hab mal diesen Hühnchen hier platziert. Ich glaub, der ist abgehauen. Ich wollte es auch gleich zusammen machen. Hehe. Und dann ja. Hab ich die aber nicht gemacht. Ne? Hab die, glaub ich bin ja. Ich hab's einfach gefunden. So. Bam. Bang. Piu. Piu. Ähm, es tut mir leid, wenn ihr einen Staubsauger im Hintergrund hört. Weil ja. Mh. Ich würd's hier grad Staubsaugen saufen. Und ja. Äh. Ich hoffe, ihr habt in Minecraft Zitrone geguckt. Die neuste Folge. Yeah. Yeah. Für alle zu Denizol. 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 Ich kann man ihn hundertmal singen. Ey, folgt mir auf Instagram. Da heißt ich Denizol Deniz. Abonniert meinen zweiten Kanal namens Zitrone88. Das war's mit dem Video. Und tschau Leute. Tschau Leute. Und ja. Bis bald. Tschau. 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 Tschau.